Musik Während Minderheiten in Osttürkistan unter chinesischer Besatzung der Tyranai ausgeliefert sind, organisiert die chinesische Regierung zwielichtige Propagandaveranstaltungen für die Bevölkerung. Ganz in diesem Sinne porträtierte eine Theateraufführung in Kashgar, die chinesischen Soldaten als Wohltäter und die Uyguren des Stücks, dargestellt in Landestrachten, bekamen die Rolle des Terroristen zugeschrieben. Kritik aus Indonesien an der menschenunwürdigen Praxis der kommunistischen Partei in Osttürkistan. In einer Mitteilung verkündete Jasuli Jowalny, indonesischer Präsident der Abgeordneten, dass die ungerechte Behandlung der Uyguren nicht hinnehmbar sei. Der Independent zufolge forderten im englischen Parlament 53 Abgeordnete verschiedener Parteien der Regierung dazu auf, Islamophobie als eine Art des Rassismus anzuerkennen. Ungerechtigkeiten gegenüber Muslimen konnten nicht in Hate-Crime-Berichte aufgenommen oder diskutiert werden, da der Doppelstandard, welcher in England die islamische Glaubensgemeinschaft betreffen soll, nicht näher beschrieben wird. Musik In Brüssel fanden sich aufgrund des kürzlich unterzeichneten Migrationspakts tausende Menschen ein, die gegen den Beschluss protestierten. Der Pakt wurde in Marrakesch von den meisten UN-Staaten angenommen, ausgenommen der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Auch im belgischen Parlament sorgen das Schriftstück und seine Unterzeichnung für zahlreiche Diskussionen. Sieben Zivilisten verloren gestern in den unter indischer Kontrolle stehenden Regionen Jammu und Kaschmir ihr Leben bei Demonstrationen. Im Zuge einer militärischen Operation in einem Dorf in Jammu und Kaschmir wurde nach dem Tod von drei Widerstandskämpfern eine Welle von Protesten ausgelöst und der Generalstreik ausgerufen. Musik Musik